Guten Abend beim Wetter, Sonne, Regenschauer und dann wieder Gewitter. So sieht das Programm, das Wetterprogramm für die nächsten Tage aus. Und so sieht der morgige Sonntag aus. Von Deutschland ziehen Regenschauer und Gewitter durch. Am Vormittag dann lockert es kurz einmal auf und am Nachmittag geht es dann weiter mit den Regenschauern und Gewittern. Vor allem in der Osthälfte und die können wieder heftig ausfallen, die Gewitter. Und es bleibt weiterhin schwül warm, die Temperaturen liegen am Nachmittag bei 26 bis 30 Grad. Und Abkühlung können Sie sich in den Badeseen holen. Der wärmste ist morgen der Wallersee in Salzburg bei 25 Grad. Allerdings bitte immer den Himmel im Auge behalten, es sind immer wieder Gewitter möglich. Dann der Montag-Höhepunkt der Hitzewelle und am Nachmittag wieder Regenschauer und Gewitter möglich. Am Dienstag dann große Unwettergefahr vom Westen, zieht nämlich eine Kaltfront herein. Und da kühlt es dann auch schon im Westen ab. Morgen mache ich Platz für die Formel 1. Wir sehen uns am Montag wieder. Schönen Abend.